Das kennt ihr ganz bestimmt. Ihr wollt euer Fahrrad auf Ebay verkaufen, der Preis wird aber nicht ganz erzielt, ihr ahnt es schon und bietet selber hoch. Was das für rechtliche Konsequenzen haben kann und dass das auch teuer werden kann für euch, das seht ihr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke und um Scheinangebote auf Ebay. Da geht's heute in diesem Video und darüber musste entscheiden das Oberlandesgericht Frankfurt. Was war passiert? Jemand wollte seinen Pkw verkaufen und auf diesem Pkw hat eine andere Person 2580 Euro geboten. Das war dem Verkäufer allerdings zu wenig und er hat ihn überboten und sein Höchstgebot war bei 8008 Euro. Das heißt, derjenige, der den Pkw verkaufen wollte, hat sich noch einen Fake-Namen zugelegt und damit 8008 Euro geboten. Jetzt kam der Zweitbietende und hat gesagt, du bist ja, du hast ein Fake gemacht, du hast ein Scheinangebot abgegeben, ich möchte jetzt diesen Pkw haben für 2580 Euro, das war nämlich mein Höchstgebot. Ja, sagt das Oberlandesgericht Frankfurt, Scheinangebote sind null und nichtig, die zählen gar nicht. Dann zählt das zweithöchste Angebot und damit musste der Pkw eben viel, viel günstiger hergegeben werden. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie findet man das denn heraus? Na ganz einfach, der Zweitbietende hat geschaut, auf welche Auktionen hat der Höchstbietende sonst noch geboten? Und siehe da, es waren zufällig, ausschließlich und immer nur die Auktionen des Verkäufers. Und das reichte dem Oberlandesgericht Frankfurt als Beweis. Die haben gesagt, na wer immer nur auf die Auktionen einer einzelnen Person bietet, der ist entweder diese Person oder es ist ein Dritter, der mit dieser Person zusammenhängt. Wie auch immer, es sind Scheinangebote, da sollte nie Geld fließen. Jetzt muss es zum zweitgünstigsten Preis verkauft werden. Also, davon bitte die Finger lassen und auch davon die Finger lassen, einfach so eBay-Auktionen abzubrechen, wenn das Geld nicht erzielt wird. Denn dann müsst ihr das an den Niedrigstbietenden verkaufen. So hat es jedenfalls der Bundesgerichtshof entschieden. Einzige Ausnahme ist, wenn jemand massenweise auf iPhones zum Beispiel bietet. Sowas gibt es schon mal. Es gibt so Profis, die bieten, sagen wir mal, 80 Euro auf iPhones und hoffen dann, dass eine gewisse Anzahl an Menschen einen Rückzug macht, die Auktion rausnimmt. Und dann sagen die Leute, du musst mir das iPhone für 80 Euro verkaufen. In diesen Fällen, sagen die Gerichte, dann ist es rechtsmissbräuchlich, sich darauf zu berufen, weil man eigentlich gar nicht 1.000 iPhones für 80 Euro kaufen wollte. Das wird da wieder wie ein Scheinangebot eingestuft. Aber ihr müsst euch behalten, wenn ihr eine Auktion ohne triftigen Grund abbrecht und auch nicht anfechtet, auch ganz wichtig, keine Anfechtungserklärung gegenüber dem Zweitbietenden rausschickt, dann bleibt ihr auf dem Preis des Zweitbietenden hängen. Also, bitte weder selber mitbieten, das sind die Scheinangebote, noch Auktionen vorzeitig abbrechen, denn dann kommt ein Deal mit dem Zweitbietenden zustande und ihr müsst dann gegebenenfalls Schadenersatz zahlen, falls das Produkt nicht mehr da ist. Und der ist die Differenz, die der Zweitbietende zur höchsten Summe gespart hat, beziehungsweise ihr müsst ihm dann normalerweise hier den Pkw entsprechend verschaffen. Also, es kann teuer werden, wenn man Auktionen vorzeitig abbricht oder drüber bietet. Danke fürs Zuschauen, Tschüss und gerne bis zum nächsten Mal. Mt Defense 2 2 3 4 K